Wie folgst du, dass ich im Verstand verliere? Verschwunden ist er erst, wenn er 24 Stunden abgängig ist und leid, wenn er 2 Stunden auf irgendeiner Party abtaucht. Geht das in deinen vernagelten Polizisten schell nicht rein, da ist was passiert! Könnt ihr euch einen Grund vorstellen, warum ich wer umbringen will? Wir haben vorher nicht die Wahrheit gesagt. Was meinst du denn? Der SMS war von 3 Tagen die Rede. Das ist der 3. Tag. Was? 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 Jaar aus!